Hallo, es kommt 14 Uhr. Max. Oder ist Max schon da? Matthias? Ne, Andreas, Entschuldigung. Max kommt noch. Der wird als Letzte. Aber wir haben auch noch ein paar hier. Vielleicht den Namen. Aber das haben wir jetzt. Dann nehmen wir uns an. Dann können wir abliegen. In die Richtung. Line an Bord. Abbrücken. Okay. So. 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 So.